Das gibt's nicht. 13 zu 0 für den FC Basel. Das ist die Meisterschaft. Ihr wisst auch, dass ich für immer einer von euch sein werde. Wirklich schwierig, so viele Emotionen. Ja, das ist für mich unglaublich. Es war sehr toll, was die Fans für mich gemacht haben. In meinem Blog haben Freunde von mir so eine Fahne gemacht, mit Nummer 8 auf immer einer von uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für die geile vier Jahre. Herzlichen Dank für alles. Wir haben den Platz in meinem Herzen gefunden. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.